Um den Bewegungsverlauf eines Punktes näher zu untersuchen, legen wir als erstes unseren eigenen Beobachtungsstandpunkt O fest. Als nächstes richten wir unser Augenmerk auf den Punkt P. Um die Lage dieses Punktes relativ zu unserem Standpunkt O beschreiben zu können, bedienen wir uns eines Pfeiles, oder besser gesagt eines Lagevektors. Einen solchen Lagevektor bezeichnet man üblicherweise mit R. Der Fußpunkt von R, das wollen wir als nächstes festhalten, liegt also im Punkt O, während die Spitze gewissermaßen mit P fest verbunden ist. Im Gegensatz zu unserem eigenen Standpunkt O, der unverrückbar sei, darf nun der Punkt P seine Lage in der Zeichenebene im Laufe der Zeit durchaus verändern. Unser Lagevektor R kann dem Punkt P offensichtlich mühelos folgen. Allerdings muss er dabei seine Richtung und Länge laufend dem Bewegungsablauf anpassen. Insofern lässt sich R mathematisch als Funktion der Zeit auffassen. Denkt man sich einen Stift mit der Spitze des Lagevektors R verbunden, so würde dieser Stift den Bewegungsverlauf des Punktes P grafisch exakt festhalten. Eine solche Darstellung nennt man eine Bahnkurve oder auch Trajektorien. Es ist für uns an dieser Stelle wichtig, prinzipiell zu verstehen, dass die Information über eine Bahnkurve, die an Punkt P durchläuft, in Form einer passenden Vektorfunktion R von T mathematisch gespeichert werden kann. Somit ist die Bahnkurve jederzeit wieder abrufbar. Die grafisch anschauliche Darstellung einer Bahnkurve sowie die mathematisch abstrakte Form eines zeitlich veränderlichen Lagevektors sind also in unserem Fall zwei verschiedene Seiten ein und derselben Medaille. Wir werden uns gegen Ende dieser Lerneinheit genauer um die Details einer mathematisch tiefer gehenden Darstellung einer Vektorfunktion kümmern. Und wiederum.